Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, XRP momentan bei 50 US-Dollar-Cent. Wir haben einen leichten Abverkauf gesehen. Nach dieser turbulenten letzten Woche, wo es wirklich nur eine Richtung gab, und zwar To The Moon, geht es jetzt diese Woche so ein bisschen in gediegenere Gefälle wieder. Aber man muss wirklich dazu sagen, XRP hält sich hier wirklich stark an dieser Marke. Da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Zwar nicht so tief, aber trotzdem, wir sind jetzt einfach so ein bisschen in entscheidenden Bereichen. Wir werden uns auf jeden Fall im heutigen Update das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem gibt es ein, zwei News, die wir gerne besprechen würden. Und bevor wir starten, würde ich gerne sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstigen, Mist, die ich da reinposte oder Signale oder auch was zu XRP, dann kommt da gerne rein. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Chartanalyse. Ihr seht schon hier unser riesiger doppelter Boden, den wir hier auf dem Daily letzte Woche mal eingezeichnet haben. Der ist für mich weiterhin valide. Das Einzige, was wir leider noch nicht geschafft haben, klar, wir haben ein höheres Hoch. Das ist schon mal der erste Step, zumindest wenn wir hier ein bisschen die Seitwärts-Range rausnehmen. Aber wir haben halt nicht dieses Hoch hier oben bei den 0,5588 rausnehmen können. Klar, mit WIC, das heißt, wir haben die Liquidität geholt. Deswegen ging es jetzt diese Woche erstmal ein bisschen seitwärts. Können wir auch so ein bisschen sagen, okay, wir bilden jetzt hier so eine leichte Bull-Flag, die unser Preisziel natürlich für unseren doppelten Boden, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was ja bei grob einen US-Dollar liegt, auch wieder ein bisschen bestätigen würde. Weil wenn wir jetzt, sage ich mal, diese Bull-Flag hier nehmen und vom Breakout-Punkt dann, huch, das wollte ich nicht, so, und dann vom Breakout-Punkt hier nehmen, wäre unser übergeordnetes Ziel die 0,68 bis ungefähr 0,72. Und ihr könnt euch daran erinnern, letzte Woche habe ich dazu gesagt, wir gehen jetzt auch hier langsam mal ein bisschen die Take-Profit-Zone an, weil unser durchschnittlicher Einkaufspreis bei 0,35 US-Dollar liegt. Und hier oben, das Ziel der Bull-Flag würde genau, aber wirklich fast genau bei unserem Take-Profit-Bereich leben. Zwischen 0,68 und 0,72 haben wir ja gesagt, okay, Ineffizienz, hier dieses letzte Top, dort würde ich dann gerne mal einfach mal in Einsatz bei XRP rausnehmen, weil dann ist immer noch eine Korrektur nicht ausgeschlossen. Denn, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir machen die Bull-Flag mal ganz kurz weg, wir haben noch kein Breakout aus unserem Downtrend geschafft. Und mit dem Downtrend meine ich unser High hier oben vom 14. und 13. April 2021 bei ungefähr knapp 2 US-Dollar. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, ah, okay, dieser impulsive Move nach oben hat uns einen Breakout beschert. Ja, aber wir haben kein Daily Close darüber geschafft. Wir sind dann 1, 2, 3, 4 Tage sogar hier ein bisschen konsolidiert. Dann ging es wieder runter und jetzt traden wir genau unter diesem Widerstand. Sollten wir jetzt hier nach oben hin ausbrechen, wie gesagt, unser Ziel, die 0,68 bis 0,72 US-Dollar sind, wäre ultra bullish erst einmal. Trotzdem wäre es dann positiv, wenn wir hier einfach nochmal einen Retest reinsehen oder gegebenenfalls hier dieses Key-Level, das bei ungefähr 0,54 drin ist, bestätigen. So, und mit Key-Level, das zeige ich euch auch mal ganz kurz mal, nicht einfach diesen Bereich, was unsere letzten Hochs hier abdeckt, wo wir immer wieder rejected worden sind auf Daily-Sicht. Einerseits hier dieses Supply, hier und jetzt genau da, wo wir eben auch sind, auch. Das heißt, impulsiver Move nach oben. Nächste Woche könnte durch, was weiß ich, News oder sowas sorgen. Dann der Retest und dann gib ihn Richtung 1 Dollar. Das ist unser übergeordnetes Ziel von unserem doppelten Boden. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe. Wie sieht es hier momentan aus? Wie gesagt, diese übergeordnete Bull-Fleck, die wir hier drin haben, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Auch Chart-technisch, so muss man sagen, klar, ist auch ein Downtrend. Aber von der Gesamtbewegung gefällt mir das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wir versuchen jetzt auch hier so einen kleinen Abtrend nochmal reinzukriegen in dem Downtrend. Versuchen wir so zumindest minimal höhere Tiefs reinzukriegen. Jetzt gilt es aber auch hier, dass wir hier erstmal, sag ich mal, nach oben hin ausbrechen. Ihr seht hier, der Verkaufsdruck an dieser Downtrend-Zone bzw. an dieser Oberkante der Bull-Fleck ist relativ hoch. Deswegen hier ein schönes Breakout raus, wäre dann für mich persönlich die nächste Long-Option, die wir uns dann eben mitnehmen können bis zu unserem Preisbereich, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben. Sollten wir jetzt hier natürlich nach unten hin ausbrechen, weiterhin dieses Key-Level von 0,40 Dollar im Auge behalten, zwischen 0,40 Dollar und 0,42 Dollar rum. Das ist dann das Key-Level, wo gegebenenfalls nochmal Nachkaufpunkte wären. Dann sollten wir uns das Key-Level fallen, ist das absolut bearish. Und wir könnten wieder in so eine, ich sage jetzt mal, einjährige oder sechsmonatige Sperre reinlaufen, dass sich erst einmal nichts tut. Dazu spricht natürlich, ich habe wieder ein bisschen News rausgesucht, Ripple vs. SEC, Rechtsanwalt erklärt die Verzögerung. Für mich gibt es da keine Erklärung. Es ist einfach lächerlich, was hier getrieben wird. Aber gut, das ist einfach um die ganze Hinhaltetaktik. Das wird auch in diesem Artikel hier genannt. Hinhaltetaktik, mehr ist das nicht für die Kryptobranche. Weil sollte man hier für Ripple entscheiden, ist das natürlich für die SEC und für die gesamte US-Regierung wahrscheinlich ein kompletter Tritt oder Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, das ist noch nett ausgedrückt. Und ja, das würde denen einfach überhaupt nicht passen. Das ist für mich der einzige Grund, warum sich diese ganze Scheiße verzögern. Andere Gründe gibt es meines Erachtens nach nicht. Was aber interessant werden könnte. Wir haben, wer auch andere Videos von mir guckt, nicht nur die XRP-Videos, weiß. Wir haben letzte Woche ein bisschen über BRICS-Staaten geredet. Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Da könnte dann gegebenenfalls eher, weil halt digitale Juan und sowas. Ich weiß nicht, ob Ripple sich explizit auf diesen USA-Markt versterben sollte. Oder, das liegt jetzt wieder ein bisschen an meiner Verschwörung vielleicht, vielleicht eher so auf den BRICS-Staaten-Raum. Aber gut, da gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da dann eher Ripple akzeptiert wird als da. Und dann will ich noch eine lustige News sagen. Alarm, die Bank of Japan steht aufgrund einer Liquiditätskrise vor. Über 134 Billionen am Rande des Zusammenbruchs. Die könnten sehr bald sehr, bald sehr wieder Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und die Märkte haben, der japanische Finanzdienst wendet sich an Ripple als Lösung für dieses Problem. Ging gestern durch viele Gruppen, aber bringt halt nichts. Ripple-Druck kein Geld, Ripple-Druck keine 134 Billionen. Hat mit der Lösung des Problemen nichts zu tun. Hat gestern für ein bisschen Aufruhr gesorgt, aber nehmt das alles nicht zu ernst. Wir gucken, was der Chart macht. Momentan Konsolidierung, Breakout, Bullish. Dann, wie gesagt, Preistil 0,68 bis 0,72. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem Ripple-Update-Video. Würde ich mich freuen. Liked das Video, abonniert den Kanal und kommt gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe. Ich wünsche euch schöne Ostern, meine XRP-Freunde da draußen. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.